Musik oder Not-Musik? Das ist hier die Frage. Ich bin Henry Bertram und wie versprochen zeige ich euch heute, wie man seine Stimme mit einem Mikrofon in den PC bekommt. Dafür bin ich natürlich wieder in den Schimmelhof in unser Studio gegangen, stehe bereits zwischen den Gitarren an der Wand und würde sagen, los geht's. Um ordnungsgemäß für den Kampf gewappnet zu sein, braucht man natürlich auch die entsprechende Bewaffnung. Ich habe mir aus dem Trusty Old Mikrofonkoffer, den wir hier haben, heute das Rode NT1A ausgesucht. Dieses Mikrofon gibt es für 200 Euro zu kaufen, ist ein Großmembran-Mikrofon mit einer Nierencharakteristik. Das heißt, der Bereich, in dem das Mikrofon aufnimmt, ist geformt wie eine Niere. Hier hinten gibt es einen toten Spot und es geht quasi einmal rundherum hier und hinten ist wieder der tote Spot. Vorne erkennt man an diesem Punkt, das ist vorne beim Mikrofon. Dieses Mikrofon hat an sich jetzt leider keine Möglichkeit, es direkt irgendwo an einen Mikrofonständer zu schrauben oder zu hängen. Deswegen brauchen wir dazu noch eine Mikrofonspinne. So sieht die Geschichte dann mit einer Mikrofonspinne aus. Das Mikrofon ist hier eingeschraubt und durch die Gummibänder absorbiert das Mikrofon Stöße gegen den Mikrofonständer, falls man mal dagegen kommt. Es ist immer noch hörbar, aber es mildert das Ganze ein bisschen ab. Auch Fußtritte vor dem Mikrofon und so weiter. Die Mikrofonspinne hat das entsprechende Gewinde, dass ich die gesamte Apparatur jetzt einfach auf meinen Mikrofonständer schrauben kann. Und das machen wir jetzt auch. Ich habe jetzt mein Mikrofon zusammen mit der Spinne auf meinen Mikrofonständer geschraubt. Jetzt brauche ich eigentlich nur noch das XLR-Kabel in das Mikrofon stecken, bis es klickt, damit es fest sitzt. Ich sorge dafür, dass auf dem Kabel kein Zug ist, weil das schlecht für das Kabel ist. Das geht irgendwann kaputt. Nun läuft das Kabel, was am Mikrofon hängt, in den Eingang meines Audio-Interfaces. An unserem Interface sind insgesamt 16 Eingänge. Ich habe jetzt der Einfachheit halber Eingang 1 benutzt. Und da steckt das andere Ende des Kabels einfach drin. Bevor ich jetzt loslegen kann, muss ich das Mikrofon noch auf meine Größe einstellen. Und so, dass die Membran quasi direkt vor meinem Mund sitzt. Dafür verstelle ich den Mikrofonständer einfach ein bisschen. Weil Großmembran-Mikrofone sehr empfindlich sind und durch Luftstöße bei P und T-Lauten es in der Aufnahme zu ploppen kommen kann, gibt es noch etwas, das nennt sich Popschutz. Diesen Popschutz werde ich mir eben nochmal an meinen Mikrofonständer heranschrauben und dann vor das Mikrofon biegen. Kleiner Tipp am Rande, kauft euch einen besseren Popschutz. Jetzt liegt der Popschutz vor dem Mikrofon und absorbiert alle P-P-P-P. Man sieht, dass sich das Mikrofon ein bisschen bewegt, wenn ich das mache. P-P-P-P-P-P-P. All diese Sounds sind jetzt zwar immer noch hörbar im Mikrofon, aber trotzdem abgeschwächt. Dieses Großmembran-Mikrofon braucht eine Phantomspeisung. Das heißt, es braucht eine externe Stromversorgung und hat aber keinen eigenen Netzstecker. Die Stromversorgung findet somit über eine Phantomspeisung statt mit 48 Volt, die das Audio-Interface zur Verfügung stellt. Also wenn ihr ein Großmembran-Mikrofon benutzt, dann achtet darauf, dass die Phantomspeisung eures Audio-Interfaces in dem Kanal, wo das Mikrofon drinsteckt, aktiviert ist, weil sonst bekommt ihr kein Signal. Wenn wir das gecheckt haben, dann müssen wir eigentlich nur noch unser Mikrofon einpegeln. Das bedeutet, je nachdem wie laut ich singe oder spreche bei der Aufnahme, passen wir den Gain-Regler an unserem Interface an und gucken, wie laut der Ausschlag ist. Idealerweise wollen wir, dass unser Ausschlag im Durchschnitt zwischen minus 12 und minus 6 Dezibel liegt. Wenn man das Mikrofon zu laut einpegelt, dann übersteuert das Signal und fängt an hörbar zu kratzen. Das wollen wir vermeiden. Wenn man das Mikrofon zu leise einstellt, dann muss man das Signal im Nachhinein sehr weit aufdrehen und somit zieht man auch die ganzen Hintergrundgeräusche, die eventuell bei der Aufnahme mit in das Mikrofon reinkommen, mit hoch. Das heißt, die Aufnahme wird unsauber. Also bewegen wir uns zwischen minus 12 und minus 6 Dezibel und wissen somit, dass wir ein sauberes und bearbeitbares Signal haben. Falls man an seinem Interface keine Dezibel-Anzeige hat, Die meisten Interfaces haben neben dem Lautstärkeregler des Eingangs ein kleines Lämpchen, was anfängt zu blinken, wenn das Signal übersteuert. An unserem Interface hingegen habe ich eine kleine Dezibel-Anzeige, die mir verrät, in welchem Bereich ich liege. Um das zu überprüfen, spreche ich einfach in mein Mikrofon und gucke nebenbei auf mein Interface. Da das Mikrofon jetzt optimal eingepegelt ist, fehlt uns nur noch ein Schritt, bis wir endlich bei der Aufnahme ankommen. Und zwar ist das das Konfigurieren eures DAWs. Die Verbindung zwischen dem DAW und dem Audio-Interface funktioniert meist etwas unterschiedlich. Im Regelfall installiert man sich dafür den entsprechenden Treiber für das Gerät, was man sich gekauft hat. Und so hat die DAW die Möglichkeit, das Gerät zu finden. Ich empfehle bei der Installation von Audio-Interfaces oder DAWs den Anweisungen der Hersteller zu folgen. Sollte man beim Setup Probleme haben, gibt es im Internet viele Foren oder Support-Seiten, die einem dabei helfen können. Ich habe mich jetzt der Aufnahme wegen umpositioniert und sitze jetzt direkt vor meinem Rechner. Alles, was ich jetzt im DAW gemacht habe, ist eine Audiospur hinzuzufügen und der Audiospur zu sagen, dass sie das Signal von Channel 1 meines Interfaces nehmen soll. Nun ist das Setup des Mikrofons komplett und wir können jetzt mit dem Recording beginnen. Willkommen bei TV38 Kompakt, ich bin Henry Bertram. Es hat funktioniert. Das Ganze können wir uns jetzt schon einmal anhören. Willkommen bei TV38 Kompakt, ich bin Henry Bertram. Mit dieser Art Mikrofon kann man nicht nur Gesang aufnehmen, sondern auch Gitarren, eine Cajon. Man kann ein Schlagzeug recorden, wenn man jetzt keine schadverdächtige Musik aufnehmen will. Dann kann man damit alles recorden, was man möchte. Man könnte sogar ein Hörbuch für die Geschwister oder für die Kinder aufnehmen. Oder vielleicht sogar ein Podcast aufnehmen. Nächstes Mal gehen wir noch einen Schritt weiter und versuchen mal eine Akustikgitarre und ein bisschen Gesang dazu zu recorden. Ich bin gespannt und freue mich drauf, wünsche noch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal.